Also noch einmal. Sie sind Lena Schubert, geboren am 19.03.1984, in Rostock. Entspricht es der Wahrheit, dass Sie einer terroristischen Organisation angehören? Nein, das ist vollkommen verrückt. Verrückt? Sie nennen also die gewissenhafte Arbeit eines Staatsdieners verrückt? Nein, ich meine... Also geben Sie mir recht... Nein! Die Anschuldigungen, die Sie gegen mich erheben, die sind vollkommen aus der Luft gegriffen. Das ist verrückt. Das überlassen Sie mal lieber uns. Wir haben Beweise. Beweise? Beweise, die eindeutig belegen, dass Sie staatsfeindliche Hetze betreiben und unsere demokratische Grundordnung umstürzen möchten. Die würde ich gern mal sehen, diese Beweise. Das können Sie. Das ist nicht Ihr Ernst. Ach, guck mal. Da ist es auch schon wieder sicher. Ich habe mich verwandelt. Ja. Ich habe mich gewaltt. Meine Sparkasse hat mir auch gewählt. Das war ein Kind. Es tut mir mal so, dass es ja dazu geht. Wahrscheinlich kann ich vielleicht wieder aufs Verrung gehen, oder dass es ja dazu geht. Oder wenn auch wieder zu kommt, wenn ich überwassend startet. Dass man eine Kuss spriegt. Ja, gar nicht. Geben Sie zu, dass Sie das sind und das geäußert haben? Ja, das bin ich. Das sieht man ja. Und ja, das habe ich auch gesagt, aber... Kein aber. Sie planen einen terroristischen Anschlag. Nein, verdammt nochmal. Aber wieso werde ich dann das Gefühl nicht los, dass Sie ein durch und durch verkommenes Subjekt sind, vor dem man unser einig Vaterland schützen muss? Weil Sie in Ihrem bonnierten Schädel wahrscheinlich nicht anders können. Ich bin keine Terroristin. Ich plane keinen Putsch. Ich bin eine freie Bürgerin in einem freien Land. Ich darf denken und sagen, was ich will. Das ist mein gutes Recht. Du anarchistische Hure, du. Zeig mir. Du Schwein. Du hast du das. Au. Heilruhe. Au. Also nochmal. Sie sind Lena Schubert? Ja. Geboren am 24.03.1984. Ja. In Rostock? Ja. Sie sind eine Terroristin? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020